hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren starcraft 2 legacy of the void replay cast weiter geht's mit dem pvp wahnsinn ich mache jetzt so lange pvp bis euch allen den kopf explodiert in etwa ja ich habe einfach nach wie vor viel pvp replays von showtime übrig ich finde auch showtime spielt ein gutes pvp ist es jetzt kein wir warten auf 200 supply deathball und rollen dann übereinander sondern legacy ist das schon ein bisschen dynamischer ja zu unserem matchup wir haben in rot einen protos den hatten wir schon im letzten spiel es ist bisu und er spielt hier natürlich gegen unseren deutschen protos showtime die beiden variieren hier schon mal die opening weil showtime spielt hier das doppelgas bisu bleibt auf einem wird vermutlich dann mehr gates bauen könnte ich mir vorstellen weil beide haben hier ein höheres mineral income man kann hier schon mal das seite geht kann man auf jeden fall setzen einfach seit legacy of the world vielleicht setzt auch noch ein drittes das wäre ein bisschen ungewöhnlich angst könnte es passieren auf jeden fall probiert sie raus ersetzen und wird ein drittes geld besetzen heißt hier der drei gate opener von bisu gegen den zwei gate opener von showtime will hier die tech lastigere variante ziehen ja das ist ehrlich gesagt recht gefährlich für bisu bei showtime wird das jetzt gott seine probos auf dem weg die kann nicht aufgehalten werden so schnell ist eine einheit nicht draußen kommen wir jetzt bei beiden gesetz das timing hat es heute ein bisschen früher ja prob sehen sie jetzt hier kurz dann wird das die scouten und ja vor dem hat ein höheres gas und kann heißt er kann relativ bald eine sentry bauen und mit der sentry kann man die rampe force field und da machen die stalker einfach überhaupt gar nichts und haben sie dann nicht wirklich gelohnt wenn es dumm läuft lebt man dann auch noch stalker dran ist dann natürlich richtig bitter wäre ja beide jetzt eben mit dem probes am scouten schaut dann hat sich hier kurz ein set an minerals geschnappt natürlich man muss hier die könne wie der menschen mitnehmen die man irgendwie kriegen kann bei beiden jetzt hier der koffer text hat dann drückt sofort geht anbaut sei stalker vom roten brutus kommen jetzt sprechen das drei stalker opening und die leite hier ein bisschen sind wort geht hat eigentlich die ressourcen dafür gehabt jetzt wieder hat relativ viel gas jetzt wird angedrückt flitte also ein paar sekunden für swap geht angst und macht das möglich nicht die welt aus bisher ist noch keine probleme ich aggressiv unterwegs mit einem teil und hat bis seine probleme die dreht wiederum okay die soll hier irgendwann mal ein peil entsetzen das ist zumindest geplant die verpunktet sich jetzt hier auf den high ground dessen schaut man hat die basis verlassen ist jetzt gerade so halbwegs auf dem heimweg rennt jetzt hier auch wiederum stalker treffen sie jetzt hier mit probe rennt jetzt hier panisch weg sieht die drei stalker und wird hier nicht das leben verlieren daran interessanterweise wieso gibt jetzt hier gerade keine acht auf seine stalker sind dass sie kann einfach nur überlaufen ja und schaut wie angesprochen baut eben seine sentry wenn die sentry da ist forcefield setzen sache erledigt hat selber zwei stalker sind dritter stalker kann sogar auch noch rechtzeitig fertig werden bevor diese stalker hochschauen und einfach über die lange distanz die drei stalker crashen rentiert sich ein legacy nicht wirklich nicht gegen das opening das showtime hier hat weil one gate opener funktionieren macht man pvp erfahrt nicht mehr das haben einfach zu viel geld doch wir laufen sie hoch und da kommt ein gutes versuch von showtime alle drei stalker gefangen erstens doch gefällt hier viel wie so für den micro teilen gut nach hinten die starke von bis zu können nicht weg und werden hier alle drei starben ohne hier irgendeine unit von showtime zu killen das ist hier richtig schlecht gelaufen für unseren roten protos das jetzt auch als antwort sofort die excel möchte entsprechen das dann mit mehr economy ausgleichen und baut eine fortune rissen sie relativ früh abgäts wenn das in showtime bleibt auf seinem standard opening hat danach das tag gesetzt und wird dann jetzt bald ein oracle bauen das oracle ist jetzt auf dem weg ja sollte er möchte auch eine exe setzen eigens momentan reicht ihm das geld nicht dafür dauert also noch ein wenig während dass die pro hat sich ins eck gezogen setzt hier einen proxie peinern und beides momentan hier noch im hochmarkt kommt diese bis showtime mit ready damit seinem oracle aggression betreiben will die bo vom roten protos ist mir kein stück geläufig muss ich sagen 3 gate into fort als handball gateways zu mögen schnappt sich immer zumindest auch er schnappt sich doppelt foton kann er dafür ist die frage natürlich auch sinnvoll aber da vermutlich trotzdem denke ich ein schnelles upgrade andrücken relativ ja schon als erstes oracle ist jetzt eben auf dem weg eines gegen zwei defensiven cannons kann man auch gar nicht so viel schaden machen vor allem es wäre auch dann bald ein photon overcharge verfügbar das dauert auch noch ein paar sekunden schottam setzt seine standard bo fort hat seine exe gesetzt die ist wesentlich später als die vom roten protos ist er möchte natürlich gerne ein paar probes mitnehmen hilft einfach seinem eigenen work account der momentan minimal niedriger ist eigentlich das wird sich noch ein bisschen entwickeln schottam nimmt jetzt hier mal eine probe aus eigentlich nimmt er schon hier so ein sehr viel hitpoint damage auf seinem oracle 30 sind schon weg und ein oracle hat eben nicht viel oder platz ziemlich schnell wenn das schon kommt die robo hinterher setzt ganz weit das oracle und danach das oracle möchte jetzt hier noch mal in die man es kommt jetzt eigentlich in range der canon und da kommt auch der foto das richtig knapp und das oracle explodiert hier überrechte fliegen in die schlucht löst sich einen grünen rauch auf heißt von beiden spielern hier die aggression lohnt sich nicht beide die fänden hier sehr gut verlieren hier nahezu nichts als verteidiger als angreifer hingegen schon als angreifer verlieren sie komischerweise alles mit dem setzt jetzt auch ein zweites oracle hinterher möchte er mit seinem oracle harassment noch nicht aufgeben es gerade jetzt auch mal mit einem halluzinierten phoenix und wieso scheint hier wirklich die gateway schiene weiterfahren zu wollen hatte ich bei montan geht wir jetzt da hat auch noch keinen weiteren tag für andere units gesetztein er baut nicht einen teiler council wir werden also vermutlich blink sehen den dark templar für diese phase des spiels halte ich für höchst unwahrscheinlich ja da kommt das blink upgrade da kommt das attack upgrade wir werden dann links doch mit plus zwei irgendwann zehn von ihm interessanterweise dass er auf dem kompletten gateway tag bleibt ja und schaut haben scoutet hier immer kommt drüber sieht was ihr abgezieht die fordsturm entwickeln ist sieht auch die kreier accounts zieht die weiteren gates und sieht den haufen an stalker der da ist und es kommt doch er zieht sogar hinterher nochmal den dartschwein also rote brot ist hier wirklich mit einem sehr interessanten ziel unterwegs während dessen showtime spielt sein standard style runter seine robotics gebaut baut jetzt entsprechende models das wird danach die robotics bekommen für disruptor oracle hatte sie versucht aber der mensch zu finden hat hier drei probes bekommen hier am gas zwei stöcke und eine von den murals da kann man eigentlich nach wie vor defensive warpins da muss man vorsichtig sein putten overcharge war gerade keine verfügbar das oracle ist nach wie vor unterwegs bin mir nicht sicher ob wie so hier mit dem tag schreiben wirklich großen erfolg haben wird schottem hat einfach schon den observer da hat im oracle für notfall detection es kommt vor allem noch ein nein das ist ein halluziniertes oracle okay das macht kein damit das gott nur ja und hier wieder eine gute mine im binden des gebüschs dass man hier rüber pushen will läuft auch da erst mal rein verliert die hälfte seine units erstmal an dem ding und die hängen natürlich vollkommen hinterher so dann bewegt sich hier seine dritte zu nehmen eins da steht nach vor der proxy peilen und das das wird richtig einbegriff scouten wenn die dritte mal da ist man das sieht er pro fährt jetzt hier nach vorne setzt die zwischen peilen die peilen sehen sich in sie gegenseitig bin ja schottem bewegt sich sofort raus mit den roten peilen abreißen wenn das ein roter brutus weg die ziel aus und ja der schade triggert nicht die mine stock allerdings schon das sind für stalker schon mal hinten eingespart der rest rennt einfach nur nach vorne schon dann hat sie auch noch die rocks umgeworfen die leider also hier den angriff des roten brutus nur noch länger wenn der rote brutus hier wirklich mit plus 1 und entsprechend blink pushen er hat vor allem keinen guten warpen punkt seine stalker eiern hinterher weil sie von der stasis gefangen wurden er muss immer noch angst haben dass das ordentliche irgendwas mal anstellt das ist eine schwierige position für den roten brutus momentan er hatte in die team mit dabei eigentlich der wird auch nicht weit kommen weil so dem hat hier ein observer entsprechend bei seiner armee drüber hängen die rennt jetzt hier dran vorbei wird hier auch sofort gefunden wird die sofort rauskommt ein sehr sehr offensiv optimistischer pein und wurde jetzt auch sofort gekillt und da wird die rauskommen wenn das die store kam zu den richtung der dritten bewegt haben wir die zum cancel gebracht und nehmen sich hier den peinern raus wenn das nimmt der roto brutus eben seine eigene dritte einschneiden pushen hoch hat zwei mortals mit dabei und zwei mortals hauen schon richtige schellen raus gegen stalker weil mit guardian schilden denken sie auch noch mal einiges weg gerade mit ihrer besonderen fähigkeit und dass ein oracle eilt hier in richtung der dritten von bisu rum schon der macht ist sogar die box schon wieder auf hatte sie drei mortals sein plus 2 ist auf dem weg sein charge ist auf dem weg start entwickelt auch momentan bisu genauso wie das plus 21 bisu sichert sich eigentlich wieder die stärkere economy auf dauer 1 möchte ich wirklich nicht den geld selbst dann auf die drei mortals blinkt die restliche armee wird ihn dafür töten und ja versucht ja nichts aus noch irgendwie damit zu finden dann hat nach wie vor observer erste stalker würde ich schon mal einfach nur rausgehen juckt immortal verteilt einfach solche klatschen gegen stalker dann roto brutus dreht hier wieder um möchte er weiter nach und er möchte schon möglichst lange seine basis halten natürlich angst das show time jetzt hier seine dritte abreißt allerdings da wieder eine gute mine darf sind wieder sechs talk eingespart schon hat hier einiges in seine zenten und die haben jetzt auch charge vor den overcharge ist mit da es sollte man kann hier wirklich beruhigt rüber pushen der rote brutus er einfach nicht wirklich engagieren kann mit dann nur der hälfte seiner armee ja die dritte hier wird fallen da hat der rote brutus einfach nicht genügen dafür da momentan hat er viele salat 1 forsten sind für show time verfügbar und die stalker drehen hier alle um wollen hier nach hause die restlichen sex talker rennen hier auch hinterher dritte wird hier komplett rausgenommen und scheint hier anschein weiter pushen zu wollen das wird eigentlich schon wieder gefährlich gegen die horde an salat die haben inzwischen auch start beide seiten zwischen mit dem charge upgrade unterwegs bei beiden ticket das plus 2 langsam durch steht er macht jetzt hier entsprechend akons die 1 bis zu hause das heißt sie brauchen lange bis sie drüben sind roto brutus blinken sie haben über die münge ist natürlich nicht direkt in die armee von showtime laufen und dann hat ein wort ist dabei und da geht es jetzt hier drauf erstes engagement da kommt eigentlich eine gute mine spartig schon ein paar salits weg stammt michael jetzt hier nach hinten versuchte die einheiten vom roten brutus so viel wie möglich zu skiten und hat holt hier seine eigene stream force mit dazu hat das hier allerdings nicht überlebt und die vier akkus mit da ja schon die gesperrten salits möchte die dann sofort raus und so weit ich aus ihrer straße rauskommt die vorderseite schon rausgenommen von den ganzen akkus den salits hinteren salits geht es auch in den kragen das sind die mord ist nach wie vor komplett am leben die kann richtig viel damage gegen die stalker dann machen das heißt die atmen gegen art von alex hat der rote brot ist dann viel weniger akkons so dem post jetzt hier einfach nur mitten rein mortals teilen die richtige klatschen aus die salits schmelzen die größte als anschauen haben langsam ziemlich viel schild verloren eben als er auch nur noch wenig im ersten wortel nimmt so langsam der mensch eigens schotten brust hier wirklich habe und hat einen großen supply vorteil was die armee angeht man hat hier nach wie vor seine defensive stasis falle von dem schotten wird das sind seine dritte basis als die aggression hier ist kein all in sondern er hat wirklich die transition im hintergrund schon auf dem weg kann dann sprechen die viel stärkere ich komme 57 46 und die wird größer werden sobald seine dritte fertig ist beide morphen jetzt hier weiter rein was eine reproduction irgendwie hergibt links doch versuchen hier noch mal irgendwas raus zu dem ängsten müssen wir die vorsicht sind sobald hier wieder reingerannt wird sie dass wir den rotbrot das er schotten stellt sich auch richtig verlockend auf und damit löst die mini aus zwei art und eine handvoll stalker hier gefangen werden schotten kann es natürlich gemütlich ergänzt nimmt hier die ganzen rest von bisous army raus und kann sie einfach hier bereitstellen und den rest hier der in der stasis gefangen ist einfach wie sie zu töten sieht mir schon schotten schätze von mittenrein mortals sind da die können sofort auf stalker schießen die akkons müssen sich auch gegen abends und mortals messen jetzt wird sie schon tatsächlich ein bisschen zu raum das hatte das bisschen schlecht geteilt wie sie pushen sie von beiden seiten sogar raus wird dann stand da ein bisschen zu weit mit der kette sich jeweils hinten aufstellen sollen und da gibt es schon viel von schottens arme an den kragen im ort ist eine richtige schellen gegen die stalker aus und argons immer noch einige da eure klinge wird das hier rausgegangen sind gute mine die trifft jetzt wieder für stalker 1 letzte stalker rennt sich gerade panisch weg versucht jetzt noch mal das engage mit showtimes army zu suchen schon dann montan einfach mit dem viel stärkeren army einfach mit der viel stärkeren econ hat das plus drei hinten auf dem weg der eine stalker versucht nun mal was er kann als die zwei akkons hatte ein sehr schlechtes leben selbst werden hier rauskommt der akkons von bisous lebt ja auch nicht lange in bisous kratzt hier wirklich nur noch den letzten rest zusammen irgendwie hat seine stalker werden jetzt hier oben rausgenommen damit hat er fast nichts mehr schreibt das gg und showtime sichert sich auch dieses pvp und wie immer ich bedanke mich fürs zusehen hoffe es im nächsten replay cast es gibt noch drei oder vier replays lang pvp danach warten wir auch einen spieler wechsel sind dann ist nicht das showtime replay pack am ende bedanke mich fürs zusehen auf die section mal macht's gut und ciao